Wie legen wir los? Wir begrüßen du ja eigentlich nicht mehr. Nö. Cheers. Frohes neues Jahr. Frohes neues. Richtig gute Soundgeräusche, warte mal. Trinkgeräusche. Und damit ein frohes neues Jahr 2022, lieber Sebastian. Gibt's dir denn gut? Ja, soweit alles gut. Wir haben ja heute eine Folge ohne Gast. Das hasst du schon wieder, dass ich das sage. Aber wir bleiben da drauf. Die Leute, die uns früher schon im Podcast gehört haben, kennen das noch. Jetzt gibt's einfach hier schönes Entertainment von uns beiden. Mir geht's gut. Ich hab mich ein bisschen badmäßig verändert, ist ein bisschen weniger. Und ich mach seit drei Tagen eine Saftkur und hab basically Bock, entviel zu essen. Aber ansonsten geht's mir gut. Also Saftkur heißt, du trinkst nur Wasser oder Bier? Nee, aber ich mein, da gibt's ja so verschiedene Herangehensweisen. Da gibt's ja auch so Leute, die sich dann so eine Karotte häckseln und wie machst du das? Das ist eine sehr spezifische Saftkur von Leuten, die sich exakt immer eine Karotte Ja, weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Ja, nee, du verzichtest halt auf Kohlenhydrate, auf feste Nahrung, dass dein Magen nicht so viel verdauen muss und schüttest dir halt so irrsinnig viele so Gemüsesäfte am besten rein. Weil du willst natürlich auch auf Zucker verzichten. Das heißt, die Fruchtsäfte sind natürlich nicht das Beste. Aber nach drei Tagen, also heute, nach dieser Aufzeichnung, werde ich eine Suppe essen. Geil. Mit ein bisschen Gemüse drin. Darauf freue ich mich schon sehr. Also wirklich auch zum Kauen Gemüse oder nur Gemüse? Ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es. Aber hattest du, also es war nicht so ein richtiger Neujahrsvorsatz, aber ich habe mir halt gedacht, nach dem ganzen Silvester und Weihnachtsgefresse tut es dem Körper sicher mal gut, ein bisschen runterzukommen, ein bisschen zu Ende Gift hin. Hattest du denn, oder hast du Vorsätze? Hast du irgendwas verändert? Ich bin eigentlich nicht so der Vorsatstyp, weil ich mir denke, es ist alles irgendwie Quatsch und nach zwei Wochen lasse ich es dann wieder bleiben und deshalb will ich das Maul nicht aufreißen. Also das Maul klingt jetzt auch hart, aber du weißt, was ich meine. Naja, seit der Jahreswende habe ich nicht geraucht, kein Alkohol getrunken, kein Fleisch gegessen. Mal schauen, wie lange das bleibt. Und ich habe hier meine Wohnung umstrukturiert. Die findigen ZuschauerInnen bei YouTube werden es wahrscheinlich merken, wir sind wieder in dem anderen Zimmer. Wir haben uns verändert. Ja, wir haben uns alle sagen das. Wir haben uns so wahnsinnig verändert. Du hast dich wirklich krass verändert. Ja, wir haben jetzt hier einfach mehr Platz und es ist viel schöner und ich fühle mich auch in dieser Wohnung. Vor allem in deiner Richtung haben wir mehr Platz. Ich bin ja hier immer noch mit Claudio Pizarro in der Sportecke. Das ist einfach schön. Ja, aber ich meine, so transparent kann man ja sein, heute ist der 6. Januar, Donnerstag in Bayern, zum Glück Feiertag. Also hast du sozusagen jetzt fast eine Woche kein Alkohol, keine Zigaretten und kein Fleisch. Ich weiß, es klingt so wie, ja, eine Woche. Wenn man es nicht thematisiert, dann ist es auch scheißegal eigentlich. Aber wenn du es bewusst machst, dann merkst du jede Stunde, sage ich mal. Aber man sollte eigentlich auch alles, was man macht, bewusst machen. Ansonsten, ich weiß nicht, was habe ich für Vorsätze für dieses Jahr? Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der plakative Vorsatztyp. Ich bin nicht so, ich will unbedingt 20 Kilo abnehmen. Mehr Zeit in der Sonne verbringen. Nein, aber einfach ganz dumm. Es klingt ganz doof, aber höflicher sein. Oh. Weißt du, was ich meine? Da hast du aber viel vor. Ich würde mich jetzt auch nicht grundsätzlich als unhöflich bezeichnen. Nein, das würde ich auch nicht tun. Weißt du, ich habe vor, lass mich lügen, zwei oder drei Tagen so ein Bild von Robin Williams. Robin Williams, Gott hab ihn selig. Vielleicht kann ich das hier im Schnitt noch einblenden. Habe ich gefunden, so ein Zitat, das er meinte irgendwie so wörtlich, kann ich nicht zitieren, aber so umschrieben, glaube ich, hieß es sowas wie, jeder hat seinen eigenen Krieg zu kämpfen, und deshalb urteile nicht. Sei nett zu den Leuten. Genau, sei einfach grundsätzlich erstmal nett. Habe ich auch irgendwo auf Sozialmedia gesehen. Ich habe es gepostet auf, vielleicht hast du es da gesehen. Ah, das ist natürlich sehr gut möglich, dass ich es da gesehen habe. Und da dachte ich mir, hey, das ist doch, das ist ein bisschen, das ist einfach so ein sozialer Vorsatz. Weil ich finde, es ist so in den letzten zwei Jahren alles wahnsinnig auseinander gedriftet. Ich muss übrigens sagen, komm mal, Körperkontakt, ich finde es so schön, dass ich dich habe. Ich bin sonst nur alleine hier und das ist scheiße. Und das Internet macht einen krank, Alter. Das stimmt. Warum machen wir da nur was fürs Internet? Hallo. Also an euch da draußen auch übrigens erstmal, ich muss mich da mal ein bisschen in die Kamera auch drehen. Stimmt schon, wir müssen da ein bisschen Kamera-Affizier werden. Ich werde jetzt auch mal ein bisschen closer zum Mikrofon. Ich hoffe natürlich, wir hoffen, euch geht es gut. Ihr seid gut ins neue Jahr 2022 gerutscht. Es fühlt sich immer noch komisch an, das Wort 2022 zu sagen. Und wir hoffen, es wird ein besseres Jahr. Wir hoffen, Corona, ohne dass wir es nicht lange anschneiden wollen, wird sich verpissen. Ich sage es jetzt, wie es ist. Kann man ja piepen im Nachhinein, wenn es zu rough ist für YouTube. Du bist einfach ein rougher Typ. Ich bin einfach ein rougher Typ. Nein, aber ich kann irgendwie nicht mehr. Ich bin, I'm tired of being so strong. Ich weiß, es geht anderen viel, viel schlechter. Es nervt halt einfach gar nicht. Aber es nervt. Und es ist so, ich bin dieses Kompromiss finden leid. Dieses, ja, wir halten das noch alle durch. Ja klar, wir halten das auch noch alle durch. Und wir müssen rational handeln. Und wir müssen clever sein. Wir müssen zusammenhalten. Und es ist für uns alle neu. Aber trotzdem ist es, glaube ich, auch nicht falsch, mal irgendwann zu sagen, es geht einem ein bisschen die Energie aus. Die Motivation fehlt halt so ein bisschen. Ja, voll. Und halt gerade so die, aber das ist ja auch derselbe Blues, den man schon seit längerem spielt. So die sozialen Events fehlen halt auch einfach Leute treffen, rausgehen und halt so klar geht es auch. Und man darf sich da, wie du schon sagst, dann darf er auch nicht so, nicht so fragile sein und nicht so rumheulen. Aber es ist schon, also es ist halt auch einfach so diese Leichtigkeit eben, haben wir auch vorhin schon kurz gesagt. Voll. Geht halt übelst verloren. Geht halt einfach verloren, dass man einfach sagt, ah ja, ich gehe jetzt da hin und muss jetzt nicht überlegen, Moment, ist es jetzt 2G? Dürfen da mehr als 10 Leute kommen? Brauche ich noch einen zusätzlichen Schnelltest? Oder hatte ich, ach doch, ich hatte ja doch irgendwie Kontakt über zwei Ecken mit jemandem, der auf einmal Corona-positiv ist? Also es ist irgendwie so, es gibt so viele Komponenten, die einem da einfach in die Parade fahren und das nervt. Aber ansonsten, hey, 2022. Aber ansonsten ist alles super. Ja, du, wir haben uns ja geschworen am Anfang, als wir jetzt wieder angefangen haben, dieses wunderbare Format zu bespielen, dass wir jetzt Corona nicht so krass thematisieren wollen, weil, sind wir uns mal ehrlich, die Aufklärung, die gibt es woanders. Da gibt es sehr gute Videos, sei es die ganz wissenschaftlichen oder auch die etwas verspielteren, also da kann man sich ja wirklich austoben. Dann gibt es natürlich die Leute, die alle ihre subjektive Meinung haben und das gibt es zu Genüge. Ich glaube, da brauchen wir uns in Zenf nicht abgeben. Und vor allem ist es eh so ein Thema, das so omnipräsent ist. Also ich habe es mir auch neulich gedacht, da habe ich ZDF, nee, stimmt nicht, natürlich Phönix geguckt, Phönix-Runde und... Entschuldigung, ich muss übrigens beim Trinken schauen, also nicht in deiner Kamera trinken. Das ist in Ordnung, ich fuchtele ja auch immer in der Kamera rum, in der Gästekamera normalerweise. Wir sind aber auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, so heißt das, Ladies and Gentlemen, wir sind einfach keine gelernten Mediengestalter. What shalls, what soll der Geiz? Wir machen das alles umsonst in unserer Freizeit, da darf man auch mal in unserer eigenen Kamera rumfuchten. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Jedenfalls, hi, jedenfalls habe ich neulich Phönix geguckt und habe das so nebenher irgendwie noch so am Handy, wie so ein Opfer einfach, wie so ein richtiges 21. Jahrhundert am Handy gedattelt, Second Screen. Nebenher lief Phönix, wo sich irgendwie vier Leute in der Phönix-Runde angeschrien haben und halt Corona hier, Corona da und jetzt Impfpflicht, ja, nein, blablabla. Und da habe ich mir halt irgendwann gedacht, Alter, ich mache das jetzt einfach aus, weil seit eineinhalb Jahren höre ich mir dieses Geschrei an. Es geht immer nur auch Morgenmagazin an, hier die neuen Corona-Zahlen und Corona hier. Es ist so omnipräsent und vielleicht ist das auch das, was so neu daran ist, dass es einfach die ganze Zeit immer überall Thema ist. Welches Thema war denn jetzt, normalerweise sind die Medien ja so, ja, Vulkanausbruch hier und da und zwei Tage später hat wieder, weiß ich nicht, irgendein Promi ein Kind bekommen, ja, Verona Feldbusch irgendwie das siebte Kind. So, dann wird darüber halt berichtet. Aber dieses Corona-Thema, das lässt einen einfach nicht los. Und das ist schon ermüdend. Nein, weißt du, das ist ja genau die Krux. Letzter Satz von mir dazu, du kannst es ja nicht komplett ausklammern. Das wäre ja auch wieder naiv zu sagen, das gibt es einfach nicht und wir machen hier nur Unterhaltung. Das wäre ja auch scheiße, das wäre ja auch gelogen, weil dann ignorieren wir es halt auch irgendwo ein bisschen. Aber wir versuchen es so wenig wie möglich in einer subjektiven politischen Grundhaltung zu tangieren, sag ich jetzt mal. Absolut. Also wir sagen euch jetzt nicht, lasst euch impfen oder lasst euch nicht impfen oder geht auf die Demos, geht nicht auf die Demos. Aber lasst euch tendenziell impfen. Tendenziell lasst euch schon impfen. Aber wir machen jetzt da keine Sendung drüber, wir laden jetzt da niemanden dazu ein, weil letztendlich ist das schon für uns, oder, ein Unterhaltungsformat. Ja, absolut. Können wir ja mal offen besprechen. Und deshalb wollen wir es jetzt nicht so beitreten, dass man es nicht komplett ignorieren kann und dass man auch mal sagen kann, dass man müde ist und dass man genervt ist und dass man vielleicht keine Energie mehr hat. Das gehört dazu, weil es zum täglichen Befinden jetzt gehört. Ich hoffe einfach aufs Beste, ich weiß, ich bin da super naiv, aber dir geht es ja wahrscheinlich ähnlich, oder? Du, also ich meine, das ist ja immer so die Frage, viel Spielraum nach unten ist ja nicht mehr. Von dem her bin ich auch optimistisch, dass es jetzt vielleicht wieder ein bisschen besser wird. Aber lass uns nachher noch über Sachen sprechen, die uns vielleicht im Sommer noch erwarten. Ich wollte nämlich erst noch ein Thema mit dir teilen, das mich teile. Darf ich mir kurz ein Teechen holen? Selbstverständlich, selbstverständlich. Die Kamera ist ja auf mich hier. Normalerweise würde ich jetzt schon irgendwie den fünften Weißwand drin haben und so leicht rot anlaufen. Das kann man mit der Libya-Folge. Sagen wir leicht. Das kann man übrigens mit der Folge von Libya ganz gut vergleichen. Stimmt, da ist dein Gesicht auf jeden Fall ein Gradmesser für den fortschreitenden Spaß, den wir an dem Abend hatten. Jedenfalls habe ich ein Thema, hat mich irgendwie so erschlagen, so überraschend, das mich auch sehr, sehr verstört hat. Und zwar, ich dachte eigentlich, das ist ein Trend, der schon so drei, vier Jahre alt ist und auch nur kurz da war. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir da noch Insights geben als alter Audio-Fetischist, würde ich fast sagen. Und zwar geht es um AMSR. ASMR. Fuck, ich habe es zweimal untereinander aufgeschrieben, einmal richtig, einmal falsch. So dumm bin ich. ASMR. Und zwar Autonomous Sensory Meridian Response, heißt das. Und man kennt es eigentlich hauptsächlich daraus, dass Leute so ganz nah ans Mikrofon kommen. Ich wollte es gerade sagen. Und das ist einfach nur so, ich glaube, die Erste, die da so erfolgreich war, war so eine Frau, die einfach von dem Mikro in so Essiggurken gebissen hat. Warte, ich mach dich auch mal, jetzt können wir flüstern. Ja. Das ist ja auch geil, weil wir auch ein Podcast sind. Ja. Das vergesse ich ab und zu, seitdem wir wieder YouTube machen. Ja, ist krass. Aber auf jeden Fall ist eben dieses ASMR-Ding. Ja. Also es ist schon so ein, also es ist so ein bisschen als fetisch entartet, sage ich mal. Aber findest du jetzt mal ganz ehrlich, das meine ich jetzt nicht lustig. Rührt sich bei dir da was, wenn jemand flüstert? Also nicht, wenn ich flüstere, aber. Das geht jetzt. Also ich glaube, es kommt immer drauf an, wer flüstert. Ja, stimmt. Wenn dann wie so ein haariger, schwitziger Typ dir ins Ohr flüstert, sagt, hallo, dann würde sich, glaube ich, bei mir jetzt nicht so viel. Aber guck mal, dann ist ja stille Post eigentlich schon ein Vorspiel, oder? Das ist ein absoluter Fetisch. Mach uns mal wieder leise an, wenn wir normal reden. Weiß ich nicht, ob ich es gut finde. Jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Okay, dann machen wir weiter. Nee, mach ruhig wieder. Mach ruhig wieder normal. So, dass ich jetzt nicht schreie. Auf jeden Fall, man bezeichnet das, ich habe es mir hier aufgeschrieben auf meinem Laptop, bezeichnet die Erfahrung eines kribbelnden, angenehm empfundenen Gefühls auf der Haut. Also wenn euch das jetzt gerade so ging, dann könnt ihr das hier unten in die Kommentare zum Beispiel schreiben. Oder uns auf Instagram, könnt ihr uns anchecken. Genau, und dann kriegt ihr von Sebastian Glatte für viel Geld noch mal ein paar Voice Messages. Aber wirklich für viel Geld. Das könnte auch, danke dafür. Bitte. Das ist aber auch so ein bisschen, so ein erschlaffender Penis macht auch dieses Geräusch. Yes, da, fertig. Ich bin schon fertig. Nein, nicht nochmal. Hier schneiden wir überhaupt nichts, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist alles raw. Und so reden wir miteinander, wenn kein Gast da ist, weil du doch anfangs meintest, heute eine Folge ohne Gast. Für alle, die es nicht wissen, das ist ohne Gast. Es ist ohne Gast, also choose your warrior. Ja, mit oder ohne Gast. Auf jeden Fall, ich muss noch weiter die Definition vorlesen. Also ASMR wird zum Beispiel eben Auslöser, ruhige Stimme, sanftes Flüstern, was wir gerade schon vorgemacht haben. Und führt eben zu einem kribbelnden, angenehmen, empfundenen Gefühl auf der Haut. Und, pass auf, ich habe mir noch so etwas Medizinisches aufgeschrieben. Durch bestimmte akustische und optische Reize ausgelöst werden kann. Genau. Und wurde 2021, ergo letztes Jahr, ergo letzte Woche, zum dritten meistgenutzten Suchbegriff auf der Videoplattform YouTube. Ah, das ist schon eine andere Form. Also 2021. Und ich dachte eigentlich, weil, wie du sagst, das mit den Essiggurken, das war doch schon irgendwie 2019 oder 2018. Da habe ich das erste Mal davon gehört und habe mir halt gedacht, was für ein Dreck. Nie wieder drüber nachgedacht und bin auch nie wieder damit in Kontakt gekommen. Wie es jetzt auf jeden Fall wieder auf meinem Daseinshorizont aufgetaucht ist. Ich habe unserem sehr guten Freund Manuel Palacio, liebe Grüße, Fancy Footwork TV, auf Twitch zugeguckt. Und bin dann halt, ich glaube, der Stream war dann vorbei. Und dann bin ich in so eine ASMR-Bubble reingestoßen. Wait, warte, also wenn du Manu zuguckst beim Streamen oder der Gang mit der Show, dann danach wird man, kommt man zu den Flüsterern. Anscheinend. Aber die Sache ist die, es ist halt noch viel, viel, viel perverser als dieses nur, man flüstert ins Mikrofon, wo ich ja den Kink noch irgendwie verstehen kann. Ja, also genau, das ist ja das, geht das noch extremer oder was? Also ich dachte nämlich, der Kink in Anführungszeichen ist ja eigentlich nur, da flüstert wer. Also das hat halt irgendwas mit Nähe zu tun und ist so ein bisschen dirty. Absolut. Aber that's it, oder? Genau, und es gibt aber sozusagen auf Twitch eben eine eigene Kategorie ASMR, also es wird einem so wie so ein Kanal vorgeschlagen, wo man halt dann ganz viele ASMR-Channels sieht. Und dann so die Top 3, 4, wenn ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr jetzt, wann auch immer ihr das anhört oder guckt, reinbrowst, ist es immer noch so, sind da die Top 3, die gerade streamen, sind meistens Frauen, meistens leicht bekleidet. Und die haben auf ihrem Mikrofon wie so eine Silikonohrmuschel, also es ist so ein Silikonohr und es geht nicht mehr darum zu flüstern, sondern da wird dann einfach hemmungslos dran rumgeschlabbert. Und es hört sich an wie so mein alter Geschirrspüler, so. Vielleicht können wir da, also davon werden wir auf jeden Fall ein Bild einblenden und es ist absurd und es schauen halt irgendwie 2000 Leute zu oder sowas. Und also, I don't get it. Das hat mich wirklich stark verunsichert. Herzlich willkommen, bevor ich jetzt ausführlich reagiere. Herzlich willkommen zu Alles ist Pop. Viele fragen sich, ja, die reden ja gar nicht über Popmusik. Nein, wie der Titel schon sagt, Alles ist Pop. Und wenn du sagst, das ist das meistgesuchteste Begriff auf YouTube, wo aber auch Musik alles ist. Schreiben wir das auch in unseren Titel rein, damit wir viel geklickt werden. Ja, natürlich. Sehr gut. Deswegen bringe ich doch das Thema mit. I don't fucking care about ASMR. Okay, aber pass auf, jetzt mal zurück zu dem vermeintlichen popkulturellen Phänomen ASMR. Also, da gibt es jetzt so eine Ohrmuschel aus Silikon und da schlabbern die rein. Ja. Wie lange hast du es geguckt? Vier Minuten. Wow, das ist schon länger, als ich dachte für eine kleine wissenschaftliche Erfahrung. Ja, aber einfach so drei Minuten schockiert. Einfach so, what? Und dann habe ich noch versucht, das zu verstehen und dann habe ich ein bisschen die Kommentare gelesen. Und das ist bei YouTube und Twitch jetzt, oder was? Also, ich habe es bei YouTube tatsächlich noch gar nicht reingehauen. Du meintest, da war es ja auch Trending. Aber auf jeden Fall, ich weiß halt nicht, ob es da auch diesen sexy oder diesen kinky Drive hat. Es gibt sogar ein, das heißt ASMR, Ear Microphone, logischerweise. Ah ja, genau. Das muss dieses Ding sein. Und vor allem die Sache, der Joke ist ja der, es bringt ja überhaupt nichts. Also, ich meine, was dort... Hier ist ein Screenshot, den kann ich nachher einblenden, aber das ist ja... Also, da haben sie, ich sage jetzt mal, da hat wahrscheinlich der YouTube-Algorithmus bei den Thumbnail-Vorschlägen die Dame sehr schlecht getroffen. Ja, 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 ja. Genau. Und so sieht es aus. Und ich finde es einfach nur... Ich halte es mal in die Kamera, damit ich nachher beim Schneiden weiß, dass ich es hier einblenden soll. Ah ja, sehr gut. Ich finde es einfach schon disturbing, vor allem, weil du dir überlegen musst, so... Also, das ist ja nur noch eine Erweiterung dieses Kinks, weil, also, ob ich jetzt hier an dem, sage ich mal, Mikrofon rumschlabber oder an der Silikonohrmuschel, macht ja eigentlich für den Rezipienten keinen Unterschied. Naja, wenn das Video dabei ist, dann stellst du dir halt vor, jemand schlägt dir halt im Ohr rum. Ja, eben, aber... Ja, ich weiß nicht, also... Findest du das geil? Nein. Würdest du sagen, du hast einen Kink eigentlich? Also, ich meine, es ist sehr privat, du musst nicht verraten, was, aber würdest du sagen, du hast... Sicherheit. Ja, ich meine, jetzt nicht so theoretisch hat jeder irgendwelche Fetische, aber... Ja, ja, schon. Aber das wechselt auch. Das ist nicht immer so konstant, ja. Aber so alle zwei Jahre mal, oder so? Ja, immer zu chinesisch Neujahr. Oh, der Mond steht im Rattensternzeichen. Jetzt stehe ich auf Würgen. Wassertiger ist das chinesische Sternzeichen des kommenden Jahres. Ist das so? Ich bin im Jahr der Ratte geboren, das weiß ich. 96 ist das Jahr der Ratte. Ich bin ein Äffchen, glaube ich. Du bist ein Äffchen? Egal, wie sind wir hier... Ohrmuscheln. Auf jeden Fall finde ich es irgendwie super weird. Und es wird dann noch kombiniert, das ist auch so ein Trend, eher so aus dem Porno-Bereich. Dieses O-Face oder ich glaube, japanischer Originalbegriff, natürlich japanischer Originalbegriff, weil es aus dem Manga kommt. Ahegao, sozusagen, wo man schielt und die Zunge rausstreckt. Das ist sexy, oder was? Das ist auch so ein Gamer, ähm... Gamer... Ja, genau, ja. Aber wenn ich das jetzt in die Kamera mache... Ich sehe eine große Karriere. Ja, du kannst halt schielen. Das Ding ist halt, du nimmst das halt jetzt für Thumbnail dann, wenn du das machst. Also du musst die Zunge eher so... Nicht so... Also ganz normal rausstrecken. Ich habe es extra so als Gag ein bisschen gerollt. Ja, genau. Also herzlich willkommen. Du brauchst mich nicht mehr. Mach einfach hier irgendwie... Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, besuchen Sie mich und meine geile Tiefkane auf OnlyFans. Ja, genau auf OnlyFans. Wir haben ja das Glück, dass wir in diesem wunderbaren Medium sind, wo vielleicht sogar einige ASMR-Fans unterwegs sind. Auf jeden Fall, wenn ihr ASMR-Fans seid, wenn euch das heiß macht, dann kommentiert mal bitte. Oder schreibt uns dann ganz geheim auf Instagram alles.ist.pop. Weil ich will wissen, was ist der... Also, ich meine gut, ich kann mir schon vorstellen, was der Kink daran ist. Es macht einen halt geil. Aber so, wie viele Leute finden es wirklich, wirklich geil? Und was ist so... Und vor allem die Silikonohrmuschel. Findet ihr die geil? Weil die finde ich beunruhigend auf jeden Fall. Wollen wir aus unserem wunderschönen Goldfischglas beide eine Frage ziehen? Ja, sehr gerne. Hast du da Lust drauf? Ich habe schon einen... Jetzt habe ich einen. Und? Ich kann leider den Namen nicht lesen. Na, so viele Möglichkeiten gibt es nicht. Ja, das ist von mir. Ah. Sebastian H. Da steht auch nicht Sebastian H., da steht Sabarov. Ich kann das mal kurz sehen. So, und zwar von Sebastian H., oder wie ich ihn ab jetzt nenne, Sabarov. Sabarov, der Zerstörer der Welt. Sabarov, der Zerstörer der Welt. Erinnerst du dich eigentlich noch an, wie hieß unser Kampfrober? Hey, Katron. Hey, Katron. Also, deine Frage an mich, wie schön, hättest du mich auch einfach so fragen können. Nach dem Rauchen knutschen. Ich würde einfach mal sagen, ja, also knutschen sowieso immer gut. Und ich meine, gut, wenn die andere Person halt nicht raucht, das ist halt ein bisschen lästig. Aber, also vielleicht jetzt so direkt, nachdem man an der Zigarette gezogen hat, mit dem kalten Restrauch. Man kann ja auch einen Schluck trinken. Das fand ich früher übrigens sau eklig, wenn mein Gegenpart geraucht hat, dann habe ich selber geraucht. Dann fand ich sendgeil. Dann dachte ich mir immer, Mann, was wird wohl das Gegenüber? Ja, man kann es ja selber nicht so gut einschätzen. Ganz genau. Also, es ist natürlich tendenziell schon eklig. Ja, es ist tendenziell schon eklig. Aber ich finde die Tatsache, dass Rumknutschen mit der richtigen Person im richtigen Moment einfach Hammer ist, übertrumpft das halt alles. Also knutschen auf jeden Fall größer als Rauchdampf aus dem Mund. Mehr, 2022 sollen mehr geknutscht werden. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wenn jetzt jemand wirklich so, also stell dir vor, du hast ja jetzt schon gesagt, du rauchst seit sechs Tagen nicht. Stellen wir mal vor, du ziehst es jetzt nochmal einen Monat durch und küsst da an jemanden, den du attraktiv findest. Und der hat gerade so richtig schön, so eine Marlboro Gold, gibt auch noch ganz viele andere Tonne Zigarettenmarken. Aber hat so eine richtig schöne, die Rothände ohne Filter sich reingepafft, so richtig auf Lunge. Und dann findest du es, weil du ja selber sozusagen auf keinen Entzug hier bist seit einem Monat, dann kann es schon auch wahrscheinlich krank abtörnend sein. Ja. Wollen wir nach der Aufzeichnung eine rauchen? Wollen wir knutschen, darf ich? Rauchen und knuten, aber es darf nur einer rauchen. Gleichzeitig. Aber nur, wenn wir dieses Silikonohr uns dazu holen, alles andere. Bist deine Frage hiermit beantwortet? Das musst du ja sagen, ist ja deine Frage. Ach so, stimmt. Ich gehe davon aus, ja. Ja, fand ich auch gut, habe ich auch zum Teil mit selber beantwortet. Nachfragen von deinerseits? Ne, habt ihr da draußen Nachfragen an Sebastian Glatte? Wie würdet ihr knutschen, wenn ihr geraucht habt? Raucht ihr? Knutscht ihr und raucht ihr gleichzeitig? Sagt es uns in den Kommentaren. Kann man nach dem Knutschen rauchen? Abonniert den Kanal, abonniert uns bei Spotify. Drückt die Glocke, ach was weiß ich. Alles, alles machen. Hier füge ich diesen ganzen YouTuber-Rotz ein. Also nicht, weil wir uns dagegen wehren, weil wir zu cool sind, sondern weil wir zu faul sind. Ja, voll. So, was hat das denn? Zu faul ist aber auch scheiße. Zu faul nicht. Mir ist es vielleicht ein bisschen unangenehm. Stimmt auch nicht. Was hast du da? Auch von Sabarev? Ne, ich glaube, das ist von dir auf jeden Fall deine Schrift, aber Gianmarco, wissen wir. Ja, dann ist es aus der Community von Gianmarco. Er hat ehemalige Arbeitskollege von mir. Sehr liebe Grüße. Entschuldigung. Wir haben das nicht per Handstift eingeschickt, die Community. Lieber Sebastian Heigel. Entschuldigung. Ja, also. Sebastian Glatte macht bei uns Community-Management und war so lieb und hat einfach eure Fragen auch da reingemacht. Und ich so, hey, es ist dein Moment mal. Seit wann nimmst du dich denn Gianmarco? Ja, klingt auch ein bisschen wie ein erfundener Name. Aber es ist ein lieber, lieber, hoppala, das war ich. Lieber, lieber Kumpel auf jeden Fall. Liebe Grüße nochmal. Er macht immer gute Insta-Stories, wo er DB, Deutsche Bahn, Kaffee trinkt und so. Geiler Mann. Muss ich mal featuren. Ich fahre jetzt in der nächsten Zeit auch viel Bahn. Ja. Ich habe mir eine BahnCard 50 geholt. Geil. Anderes Thema. So, keine Werbung hier übrigens. Gibt auch noch, keine Ahnung. Flixbus. Flixbus. Flixbahn. 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 So. Was ist dein drittliebstes Reptil? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wollen wir sehr gute Fragen eigentlich wieder zurück ins Goldfisch Glas werfen? Ja, ja. Weil die würde ich auch gerne nochmal jemand anderen. Also Gianmarco ist auf jeden Fall eine große Adelung, dass man, obwohl man die Frage schon beantwortet wurde, wieder zurück ins Goldfisch Glas darf. Das ist auf jeden Fall Goldstatus. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, Sebastian Heigl. Was ist dein... Ah, wollen wir noch ein bisschen... Entschuldigung. ASMR. Ja. Das ist ein neuer Aussehen. Das glaubt mir auch kein Witz. Das glaubt mir kein Witz. Das glaubt ihr kein Witz? Fuck. Jumpcut. Das glaubt mir auch niemand, dass ich beim Radio arbeite, so wie ich mit Mikrofonen umgehe. Wahnsinn. Also Gianmarco erstmal, geile Frage, ist wieder zurück im Goldfisch Glas, ich werde es versuchen trotzdem zu beantworten. Also mein drittliebstes Reptil ist Chameleon Reptil? Ja. Das ist auf jeden Fall die Eins. Dann das gute alte, der gute alte Alligator ist die Zwei. Der Musiker oder das Reptil, ob wir das liebes Reptil. Genau. Liebes, wenn sich Fragen von selbst beantworten. Und Mark Zuckerberg ist doch auch ein Reptiloide. Zählen die auch oder wer ist noch alles Reptiloide? Angela Merkel. Also alle in Machtposition. Alle in Machtposition. Die Frage ist jetzt, wo Angela Merkel nicht... Dann wären die Menschen eigentlich ganz schön loser, wenn sich die Reptiloiden auch in jeder Machtposition durchsetzen. Dann haben wir den Krieg doch schon verloren vor. Ja, richtig. Dann ist auch wurscht. Dann lass die doch ihre Arbeit machen nach oben. Sie können es ja anscheinend besser, oder? Ich meine, was braucht ihr noch? Fight me, ihr Bastarde. Ach Gott, da könnte ich jetzt... Da geht es schon wieder in die Corona-Richtung. Also mein drittliebstes Reptil ist dann somit, ich hätte schon fast gesagt, die Eidechse. Aber so die... Aber die Eidechse ist zu basic, weil ich finde die auch ein bisschen eklig. Das würde ich jetzt... So die handelsübliche Eidechse einfach. Ja, denen du halt so den Schwanz abtreten kannst. Ja. Cool. Liebe Grüße an deine scheiß Kindheit. Was warst du für ein Psycho, Alter? Der man den Schwanz abtreten, wirklich abtreten kann. Ja, du steigst dazu drauf und dann rennt die halt weiter und dann wächst der wieder. Das habe ich einmal gemacht. Das ist saugeruselig. Ja, Entschuldigung. Passt schon. Bis wenn die Reptilien jetzt hören, dann wissen die... Ja, dann bist du raus. Wie ich halt übermorgen kann sie einen Podcast an mit Mark Zuckerberg machen. Ja, Herr Zuckerberg, natürlich. Ich liebe sie. Ich liebe sie und Reptilien. Witzigerweise, obwohl sie nichts miteinander zu tun haben. Ach, Leute. Uff, 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 uff. So, ich sage jetzt mal, mein drittliebstes Reptil ist... Ich kenne nicht drei Reptile. Ja, du hast schon ein drittes gesagt. Der Honey Badger ist kein Reptil. Das ist ein Säugetier. Der Honigdachs. Honigdachs, ja. Ja, genau. Aber guck, das ist das kleinste Reptil der Welt. Wie süß ist das? Ja, das ist süß. Das blende ich ein. Okay. Ich würde sagen, wollen wir ein kurzes Päuschen machen? Machen wir ein kurzes Päuschen. Oder? Machen wir doch kurz Päuschen. Bevor wir loslegen, weil du hast ja den Schedule hier vorbereitet. Heute, das muss man echt sagen. Knallhart. Knallhart. Heute Sebastian Glatte. Ich bin hier für die Atmosphäre zuständig. Ich habe hier grünen Tee, von dem du nichts trinkst. Wurde mir auch keiner angeboten. Machst du hier eine Tasse? Nee, ich hasse grünen Tee. Nee, ich mag tatsächlich jetzt keinen Tee. Okay. Aber danke. Sehr nett. Ich habe irgendwie einen sogenannten Rappel bekommen jetzt zwischen den Jahren, weil ich jetzt sehr viel Zeit hier in dieser Wohnung verbracht habe. Ich habe das ein bisschen umgeräumt und ich erreiche jetzt dann doch ein Alter, wo es eher zu, also wem sage ich das, Ohren zuhalten, wo es eher in Richtung 30 geht. Heißt du mal schön, oder Silikonen, Ohrmuscheln zu, wie alt bist du jetzt, 26? Ja, ja, ich sage ja in Richtung. Die zweite Hälfte der 25er Jahre. Ja, so. Und du bist halt bald 30. Darüber reden wir nicht. Darüber und über Corona reden wir nicht. Ich habe schon so eine geile Geschenkidee. Aber auch das zum gegebenen Anlass. Aber ich bin ja ein Kreativkopf. Wenn es nicht Roy Bianco und die Abrunzati Boys in so einer riesigen Torte sind, bin ich enttäuscht, egal was es ist. Nein, aber das Ding ist halt, da bin ich ja in Eigenregie. Da muss ich ja nichts mit dir absprechen. Das stimmt. Das wird genial. So, ich bin auf jeden Fall jetzt, habe so einen kleinen Einrichtungskink entwickelt, weil wir vorhin schon bei Kinks waren. Und deshalb bin ich jetzt Team Kerzen geworden. Ich mache es uns zum grünen Tee hier mal ein bisschen launig. Das darf man nicht in die Kamera halten. Da ist ein Etikett drauf. Aber guck, riech mal. Das riecht irgendwie wie... Was riecht das? Wie so... Lavendel? Ich weiß nicht, was es ist, aber es riecht sehr stark. Aber es riecht ein bisschen so wie ein gutes Damenparfüm früher im Mainstream-Club, wo David Guedder lief. Oh ja, aber sehr süß. Ja, ja, voll. Riechst du dann daran und denkst an Damen mit diesem Parfüm im Mainstream-Club? Die stellt dir die mal rüber, weil die ist ohne Geruch. David Guedder lief. Ja. Kannst du auch mal wieder zumachen. Ja. Das gehst du immer mal weg. Kerzen. Ja gut, ich finde es ein bisschen strange. Bist du nicht zu scherzen, zu Kerzen aufgelegt? Egal. Ich mache uns jetzt hier mal ein paar Kerzen anschauen. Schauen oder bitte, dass die Technik nicht abfackelt. Das steht hier doch gefährlich, oder? Wir machen die auch gleich wieder aus. Egal, Kerzen first. Genau. Kerzen first, wir denken second. Technik second, Großbrand, möglich. B5, Großbrand in the making. Okay, los. Sag mir, glaubst du denn, es wird diesen Sommer Konzerte geben? Ich hoffe doch sehr. Was im Gegensatz zu Konzerten aktuell schon stattfindet, ist nämlich die wunderbare Welt des Sportes. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Schöne. Der kommt an. Mach ihn. Mach ihn. Er macht ihn. Mario Götzsch. Und da ist es passiert. Sergi Barbares, im Moment ist Schalke deutscher Meister. Das muss ich den Trainer fragen, nicht mehr. Sebastians kleine Sportecke. Es ist ein Zeitpunkt, Mäcki. Gut, es ist ein Zeitpunkt, Mäcki. Skandal. Jedenfalls, Sport. Du musst es eigentlich anders anmoderieren. Ach so. Hallo, Eckis. Ja, natürlich. Hallo, liebe Eckis. Hallo, liebe Eckis. Und du hast jetzt ja wirklich eine Ecke. Ich habe jetzt wirklich meine richtige Sportecke hier. Hier sieht man das Bein von Claudio Pizarro mit Originalunterschrift aus der Bravo. Also er hat leider nicht auf diesem Poster unterschrieben. Und hier unter mir, Roy Bianco und die Abrunzati Boys, auch große Fußballfans. Ja, die gehören hier auch schon ideologisch auf jeden Fall in die Sportecke rein. Also, liebe Eckis, jetzt sind wir endlich hier live vor Ort in meiner Sportecke. Und ich habe mir gedacht, wir zeichnen heute am Donnerstag auf. Und was ist da los in der Bundesliga? Du, ich sage es dir, ganz viele Corona-Fälle, zum Beispiel im FC Bayern. Habe ich gesehen. Manuel Neuer hat Corona. Manuel Neuer hat zum Beispiel Corona. Aber vielleicht ist es auch gar nicht Manuel Neuer, sondern meine Freundin. So, hat er sich schön auf den Malediven geholt. Hat er wirklich. Ja, war er dort im Urlaub und jetzt ist er positiv. Was der da wohl gemacht hat, du, naja. Wir wollen ja keine Gerüchte befeuern. Auf jeden Fall, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist der Bundesligaspieltag, der erste nach der Winterpause, glaube ich, schon gespielt. Der müsste nämlich Samstag, Sonntag gespielt werden. Und ich bin wirklich gespannt, wie das läuft und ob es da irgendwelche besonderen Sicherheitsvorkehrungen gibt. Ich auch. Weil, wie wir ja schon auch in früheren Aufzeichnungen festgestellt haben, ist es schon strange, dass einfach so Fußball und viele andere Sportsachen, auch Olympia zum Beispiel, auch Sportgroßveranstaltungen, dass das halt einfach irgendwie so geräuschlos stattfindet, während alles andere irgendwie abgesagt wird. Und auf jeden Fall, genau, bin ich gespannt, wie der Bundesliga-Auftakt läuft. Das soll aber gar nicht unser Thema sein. Ich wollte nur, weil der Opener ja auch mit Fußball ist. Was ich mir eigentlich gedacht habe, es war dein Lieblingssportart, Dart. Es war wie der Dart-WM im Alexander Palace, im Alley Pally. Spickern. Spickern, genau. Habe ich auch früher immer gemacht, in der Kneipen. Das kann dir ein Dart-Weltmeister, das darf ich auch machen. Ich habe auch übrigens hier, keine Ahnung, Triple 20. Ich habe auch mal ein paar Darts geworfen. Bullseye. Double Out. Auf jeden Fall, mehr weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, was mich tatsächlich wieder, nicht so sehr wie ASMR, aber was mich auch wieder schockiert hat, ist, ich habe... Die Besoffenen, die da zuschauen. Nein, ja, die sind natürlich frappierend, aber wie soll ich sagen, das ist nicht Thema Nummer eins. Ich habe die Tagesschau geschaut. Ja, die Tagesschau, kennt man ja vielleicht noch, auch da draußen im Internet, ist diese sehr bekannte Nachrichtensendung, in der sehr seriös die wichtigsten Nachrichten aus der Welt werden da vorgelesen. Cringe. Und ich glaube, die dritte Meldung war, Dart, wer neuer Dart-Weltmeister ist. Und ich habe mir gedacht, wahrscheinlich war es erst im Sportteil, aber es kam mir auf jeden Fall vor, wie der, weiß ich nicht, wie der zweite oder dritte News-Aufhänger sozusagen. Ich habe mir gedacht so, wann ist es passiert, dass Dart einfach in der Tagesschau, also wie hat es diese Sportart geschafft, so eine Relevanz zu bekommen, weil das wüsste ich tatsächlich gerne, so eine Relevanz zu bekommen, einfach in der Tagesschau, wo es so heißt, ja, weiß ich nicht, Russland marschiert in der Ukraine ein, Corona, so Dart, wie kann es sein? Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht, weil es halt wirklich, ich glaube, was ich halt mitbekommen habe, ist so rein aus Medienperspektive, das hat ja eine saugute Quote. Also das hat halt wirklich viele Zuschauer. Auch da wieder möchte ich meine investigative Nachfrage, wieso? Naja, aber, ja genau, also das ist ja die eigentliche Frage, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass die halt sagen, okay, wir wollen, also in der Redaktion von der Tagesschau, wir wollen das abbilden, was jetzt so irgendwie der Durchschnitt der Gesellschaft, was die halt interessiert und das ist wohl gerade da, wenn man sich die Einschaltquoten anschaut. Ja, weiß nicht. Ja, anscheinend, aber ich finde es auf jeden Fall strange. Ich habe mir schon immer bei Fußball gedacht, Fußball eigentlich in den Tagesthemen hat es für mich auch nichts verloren, weil es halt so, weiß ich nicht, Krieg, Frieden, der Papst hat irgendwas gemacht, bla bla bla, deutsche Regierung hat irgendwas gemacht und dann so Fußball, und dann ist es ja nicht mal so, dass sie irgendwie sagen, die wichtigen Vereine wie der sehr gute FC Bayern, sondern Köln hat gegen Bielefeld 0 zu 0 gespielt, wo ich mir denke so, das ist wirklich egal, also das ist wirklich nicht wichtig und nichts gegen Köln oder Bielefeld kann man durch jedes andere Team natürlich ersetzen, aber ich finde es strange, dass so Sportsachen so groß in den Tagesthemen aufgehangen werden, weil ich mir denke, jeder, den das interessiert, der holt sich doch die Nachrichten sowieso irgendwo in irgendeiner App oder im Internet. Ja, vielleicht wollen Sie auch ein bisschen zeigen, dass, hallo, wir haben das auch auf dem Schirm, aber die Nummer 3 auf Platz 3 der Meldungen ist schon hart. Ich nehme mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hin, vielleicht war es auch wirklich erst im Sportteil. Ich finde es ganz geil, weil Darts macht ja zum Zuschauen schon Bock. Also es ist ja relativ leicht zu verstehen, ich habe es früher mit meinem Ex-Mitbewohner immer geguckt, der war ein insaneer Darts fan und das ist ja, es ist ja im Grunde, wir hatten es ja gerade wie ein Festival. Die Leute sind ja besoffen wie Sau da unten und schreien einfach, wenn da einer so einen kleinen Pfeil auf ein Brett wirft, rasten komplett aus und ich finde es ist ja schon geil. Ja, aber auch, dass es eine Sportart, als Sportart durchgeht, hast du dir die Dudes mal angeguckt? Ja, da ist nichts sportlich, außer der Durst vielleicht. Ja, aber was eigentlich cool dran ist, weil es mir gerade so auffällt, weil ich jetzt Dudes gesagt habe, es spielen ja auch ein, zwei Frauen mit leider halt so stark unterrepräsentiert, aber das ist tatsächlich ein Sport, wo, in dem, nicht wo, in dem Männer und Frauen gegeneinander antreten können, weil es halt keine athletischen signifikanten Unterschiede ist sozusagen. Das ist eigentlich ganz geil. Bin ich eigentlich ein Kauz geworden? Guck mal, Schnitt, neues Jahr, ich trinke hier einen Liter grünen Tee von allen, darf man nicht sagen? Allen guten Teeherstellern. Und habe hier Duftkerzen, wir machen die mal wieder weg, ich komme hier so dumm vor. Ich habe gleich noch was zu Sport. Ich nehme dazu, ich beziehe dazu keine Stellung. Hey, vor allem, was bin ich für ein Unrealer, gell? In zwei Wochen sitze ich halt wieder halb angesoffen hier und habe zehn Kippen vorher geraucht und einen Burger gegessen. Wahrscheinlich, ja. Und ich will es lieben. Aber so brauche ich es. So brauchst du mich doch. So funktioniere ich auch nur. In dieser Medienwelt kannst du das sonst nicht überleben. Ich liebe es, wie es heute so eine selbstreflektive, also man muss sich dazu sagen, wir machen vor dieser Sendung eine Redaktionssitzung, also zumindest eine kleine. Wir besprechen, nein, eigentlich nicht. Wir schauen eigentlich hauptsächlich alte Fotos auf Sebastian Heigels Handy an und quatschen dann so ein bisschen über das Kurs. Über die guten alten Zeichen. Worüber wir zumindest innerhalb der Kategorien sprechen wollen. Aber dass wir da auch so einen selbstreflektiven Yoga-Kurs mit Duftkerzen machen, das kam nicht vor. Aber das ist auch der Charme in dieser Zusammenschreffen. So, der Tee ist ausgetrunken und die Kerzen sind wieder weg, Freunde. Sorry. Mir geht es besser. Ich habe noch ein Thema zum Fußball. Hey, also dann bitte. Willst du dich rüber in die Sportecke setzen? Darf ich? Ja, klar. Wie fühlst du dich hier in der Sportecke? Ich finde es sehr gut. Sportlich? Sportlich. Ich bin übrigens frisch negativ PCR getestet. Ich auch. Gut, dass wir das jetzt festgestellt haben. Ich habe auch meinen Booster bekommen. Das war auch sportlich. Was wolltest du denn über Sport sagen? Ist dir das unangenehm hier? Es geht. Okay. Also ich wollte über Sport sagen. Mir ist einiges aufgefallen, als ich zu Hause war, über den Feiertagen bei meinen Eltern am Dorf. Und was gerade bei Jugendlichen am Dorf so ein bisschen ironisch zum Hype wird, ist ähnlich so wie, ich glaube, schon mal in den 70ern, 80ern war, ist der 60er-Fan. 60, Arbeiterfolg, verstehst du? Das ist in deiner Hand. Scheiß Bayern-Wichser. Der TSV 1860 München wird jetzt so zum Popkulturell abgekultet. Genau, so popkulturell abgekultet. Die tragen alle so 60er-Jacken, aber dann so kombiniert mit geilen Sneakers und so. Das sind halt so die Generationen meines kleinen Bruders. Also die sind jetzt alle so roundabout 20, 21 und die feiern das aber so. Und die haben das erst so ironisch, diesen Style gefeiert, weil das ja auch irgendwie schon inkludierend ist. Also auch dieses, wir gehen zusammen ins Grünwalder Stadion in München, trinken Bier und es ist halt alles noch so low-level, arbeitermäßig von früher. Arbeiterfolg, verstehst du? Und wir feiern keine Erfolge, so wie der FC Bayern, sondern wir feiern halt uns und die Gemeinschaft. Und jetzt ist es halt so weit, dass die mittlerweile schon teilweise sich Dauerkarten kaufen wollen und sowas. Und so entsteht gerade eine neue Generation 60er-Fans. Also das finde ich irgendwie, bei mir hat es auch irgendwie ein bisschen Klick gemacht. Ich mochte das. Also weil es halt in erster Linie so weit weg vom handwerklichen Sport ist. Und das wäre mein Thema so für die Sportecke. Es gibt auch ganz viel so 60er, ich glaube Reddit-Threads mittlerweile. Das ist total krass. Es wirklich wird abgekultet. Müsste man mal richtige 60er-Fans fragen. Müssen wir mal machen. Ja, danke. Danke, Sebastian, dass Sie in der Sportecke waren. Jetzt aber wieder husch zurück in die Regie. Ja, ähm, so, ähm, genau, das war die Sportecke. Liebe Eckis, kommentiert, liked, abonniert, folgt mir auf Instagram, Sebastian Glatte Official, ähm, weil da gibt es zwar kein Sport-Content, aber da bleiben wir connected. See you, see you in the gram. Ähm, genau, ich würde sagen, wir machen jetzt mal den, den Opener spielen wir jetzt nicht nochmal, weil wir nämlich noch einen anderen guten Opener haben. Trends, Vermutungen und hauptsächlich Vermutungen. Das alles ist Pop. Trendradar. Ich bin wahnsinnig begeistert, wie Sebastian Glatte das heute runter moderiert. Du fühlst dich auch so, wenn du deine eigene Seite so am Table hast, normalerweise am Table. Am Table, ja. Nein, aber ich bin echt so ein bisschen, ähm, da ich das ja auch beruflich mache, bin ich sehr stolz auf dich. Am Table sitzen? Ja, ne, moderieren, äh, moderieren, wie komische Leute sagen, ähm, dass du, ey, ohne Scheiß, also ich finde das total geil, wie du das, hier stemmst du, bist du richtig selbstbewusst, was jetzt gerade in der Sportecke ist. Ja, und das ist auch so hier, so wie in so einem Fernsehstudio, hast du hier so eine Anker. Genau, du bist da, du bist der Anker und ich bin dein sogenannter T-Sidekick. Du bist der Typ, der die Duftkerzen im Studio ansündet. Was, 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 was? Der die Duftkerzen im Studio ansündet. Ja, möchtest du nicht ein bisschen einen Mandarinen-Duft, das ist doch gut. Nein, natürlich nicht. Ich kann nicht mal drüber lachen, weil es fast wahr ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber wir sind im Trendradar. Nein, 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 nein. Wenn nicht, die Duftkerzen... Wir sind ein kongeniales Medien-Duo, vergiss das nie. Die Leute müssen es nur immer merken, seit vier Jahren so. Trendradar. Wir feiern dieses Jahr Fünfjähriges, anderes Thema, aber egal. Aber erst im November. Ja, trotzdem. Ja. Wir haben vor zwei Monaten Dujähriges gefallen. Und jetzt? Ja, aber das hat andere Gründe. Also Trendradar, Bipu Bipu, das ist die Kategorie, in der wir euch neue Trends aus aller Welt vorstellen. Ich liebe es. Geht da die Batterie eigentlich alle? Oder was blinkt mich da? Wir haben beide im Instagram-Channel von Capote, vom Label-Gründer von Teutonics hier aus München und Ex-Gast von uns. Matthias Monika. Shoutout, liebe Grüße. Genau. Haben wir im Channel ein DJ und Produzenten-Duo namens Gomme oder Gom. Man weiß ja bei den Teutonics-Leuten nie so genau, wie man die Namen ausspricht, entdeckt. Und zwar haben die ein Song, ein ziemliches Brett rausgehauen, das heißt Fever. Und das sollte auf jeden Fall trenden, deswegen wollen wir euch das gerne empfehlen. Yes. Ich werde es nachher auch noch auf die Playlist legen, kann ich jetzt schon mal ankündigen. Aber das nur vorab. Und ist auch ein cooler Instagram-Channel, coole Jungs scheinbar. Und Gib ihm, würde ich sagen. These Beats make me feel like I'm alive and I dance till I sweat in the feet. These Beats make me feel like I'm so alive. Genau, der treibt richtig. Ich habe es neulich morgens gehört, es war so ein bisschen sonnig und das hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Und an der Stelle kann man vielleicht auch schon mal spoilern, unser nächster Gast in der nächsten Folge, beziehungsweise unsere nächsten Gäste, werden zwar nicht Gomme sein, aber auch zwei DJs oder Garm aus dem Teutonics-Universum. Yes, zwei DJs, auf die wir uns schon richtig lange gefreut haben und auch immer noch freuen. Und das Ding ist, wir haben auch in der Podcast, damals Rheinaudio gibt es aber immer noch zum Nachhinein bei Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt, in der Folge mit Matthias eben, also mit Capote, haben wir uns auch schon über die unterhalten und über ihr Feingefühl für Hits, sage ich mal. Genau. Und da werden wir sie ein bisschen ausquetschen. All das dann nächsten Sonntag hier auf unserem Kanal. Hohe Energie. Hohe Energie. Und natürlich dann auch wieder in Content-Ausschlachtung bei Instagram. Folgt uns bei Instagram. Abonniert diesen Kanal. Seht ihr, er meint das ernst. Ja, total. Ich muss das aber noch lernen, damit es so richtig smooth ist. Ja, jetzt gerade klingt es sehr aggressiv. Ja, genau. Jetzt mache ich es aus Angst, aber wir wollen ja echt, dass die Leute gerne... Nein, ich bin ja ein gottverdannter Profi. Also, hey, bitte, es wäre für uns voll toll, wenn ihr diesem Kanal folgt, dann haben wir endlich bald unsere tausend Abonnenten durch. Sehr super. Und dann gibt es ein tausend Abonnenten-Special. Und wir geben uns super viel Mühe. Wir machen das alles nicht hauptberuflich. Und das ist unsere Leidenschaft hier, genau. Und ich wollte auch noch sagen, jeder, der schon dabei ist und auch der uns schon über die letzten Jahre begleitet hat, das bedeutet mir persönlich echt super viel. Und schön, schön, dass es so ist. Und wir sind auf jeden Fall keine zynischen Wichser, sondern wir meinen das absolut ernst. Und Trendradar Ende. Trendradar Ende. Bipu, bipu. Radar. Soll ich den Closer? Ich glaube, den Closer habe ich auf dem Soundboard. Ja, komm, hau ihn mal raus. Bipu, bipu. Radar. Das alles ist Pop. Trendradar. So nämlich. Live eingesprochen in einer ehemaligen Folge von uns. Ja? Ach ja, von mir. Ja, ja, ja. Ach ja, schön. Herrlich, Gladi. Du hast gesagt, du hast fürs neue Jahr ein paar lecker Tipps noch dabei. Ich habe noch ein paar Sachen und zwar habe ich natürlich während den, zwischen den Jahren und in den ersten Tagen des neuen Jahres, habe ich nicht nur an meiner sakralen Stimme gearbeitet, sondern auch. So kral. Ave Maria. So viel Zeit muss sein. Ave Maria. Nicht so schlecht, oder? Nicht so schlecht. Sex, ein Halbstünden später. Und zwar möchte ich ein paar Filmen, ein paar Filmen und Serientipps loswerden. Hauptsächlich eigentlich Serientipps. Das erste ist dennoch ein Film und zwar der sehr gute Film Don't Look Up. Hast du vorhin gehört? Hast du was gesehen? Habe ich gehört, habe ihn aber nicht gesehen. Sensationeller Cast natürlich mit Leonardo DiCaprio, J. Law, Jennifer Lawrence und Jonah . J. Law. Und Jonah Hill und natürlich noch vielen weiteren großartigen Schauspielern. Wie dick oder dünn war Jonah Hill in dem Film? Normal, also schon dick. Genau, und Leonardo DiCaprio, der so ein bisschen seinen Zenit irgendwie überschritten hat, seitdem er den Oscar mit The Revenant gewonnen hat. Na endlich. Ja, Gott sei Dank. Und er spielt dort so ein bisschen so einen verrückten, nicht verrückten, sondern halt so ein bisschen verplanten Wissenschaftler. Hat auch viele humoristische Elemente, also spielt wirklich gut, hat mir sehr gut gefallen. Und es geht im Endeffekt nur kurzer Abriss darum, ein Komet rast auf die Erde und wie reagiert die Erdbevölkerung dazu. Lass mich sagen, scheiße. Naja, schau dir den Film an. Und es gibt witzigerweise, und das ist natürlich beabsichtigt von den Machern, viele Parallelen zu, sagen wir mal, anderen Katastrophen und die von der Wissenschaft entdeckt werden und der Reaktion von Politik darauf, zum Beispiel Klima oder Corona. Und deswegen ist es sehr interessant, vor allem, weil natürlich auch die Medien und die Politik da abgebildet werden. Und also ich fand es sehr unterhaltsam, auch sehr witzig und trotzdem, also einen coolen Film kann man sich gut ranschauen, ranschaffen und reinschaufeln. Ja, logisch. Ja, klar. Und last but not least dazu zu sagen, genau, und es gibt natürlich einen geilen Abriss von so einem Silicon Valley Startup-Gründer, also der ist so irgendwo zwischen Steve Jobs, Elon Musk und also hauptsächlich zwischen den beiden halt so ein verstrahlter Multimillionär, der halt dann irgendwie seine Ideen durchsetzt und so. Also ist auf jeden Fall geil, ist auf jeden Fall eine gute Portion Gesellschaftskritik dabei und dadurch sehr, sehr sehenswert. Geil. Letzte Empfehlung und die ist super short für alle, die Netflix haben und Game of Thrones oder vor allem Herr der Ringe-Fans sind. Schaut auf jeden Fall den Witcher. Es gibt jetzt die Witcher Staffel 2 und es ist einfach geil, es ist geiles Entertainment, macht richtig Spaß. Henry Cavill ist die perfekte Besetzung, ehemaliger Superman. Der ist ja selber auch Gamer und so ein harter Nerd, obwohl er so ein krasses Kalb ist. Der lebt einfach die Rolle. Super, super, einfach geiler, geile Unterhaltung, guter Trash. Gib ihm. Ja, ich hab nichts Filmisches, vielen Dank dir. Ich hab was Popkulturelles aus der Musik tatsächlich. Ich versuch das Wort Popkultur ein bisschen mehr reinzustreuen, damit man auch als Zuschauer und Zuschauerin weiß. Versteht, warum die Sendung so ist. Verstehen Sie, meine sehr fetten Damen und Herren. Meine sehr verehrten Eltern, meine Damen und Herren. Mir ist ein Song untergekommen, der eigentlich schon uralt ist, nämlich aus den 80ern und saugeil ist. Nee, Quatsch, 1990, Anfang der 90er und der ist von der wunderbaren Band Dippisch Mode und heißt Enjoy the Silence, ein ganz unbekannter Titel, aber den haben sie, ich glaub, irgendwann vor 5, 6 Jahren mal live gespielt in Berlin in der O2 Arena oder wie die coolen Kids da scheinbar sagen, in der Sporthalle am Ostbahnhof und, ja, weil das ist gegenüber vom Ostbahnhof, das weiß ich nicht und da auch Basketball drin statt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Müssen wir mal wieder nach Berlin, wenn wir uns das anschauen. Müssen wir mal wieder nach Berlin. Müssen wir auch noch überlegen, was wir da machen. Wir fahren nach Berlin, das kann man ja sagen. Haller Voraussicht nach, wenn Corona will. So, auf jeden Fall haben die Star geguckt, äh, geguckt, gespielt und die haben aus diesem relativ starren und steifen Dippisch Mode Elektro-Konstrukt eine mega Live-Nummer gemacht. Klar ist da auch viel Produktion dahinter und ich weiß, dass das jetzt nicht die kleinste Indie-Band ist, aber sie fühlen es alle, sie haben es cool umgesetzt. Ich hab keine Ahnung, was Fletcher an den Keyboards macht. Nichts, der klatscht nur die ganze Zeit so, ist einer der Bandmitglieder. Der Keyboarder wahrscheinlich. Ja, man weiß es nicht so wirklich, was er macht. Ursprünglich haben die ja alle mal bis auf Dave Gahan Keyboard gespielt. Das war ja so ein, eigentlich so eine Keyboard-Band ursprünglich, ganz ursprünglich. Ja, ja, klar. Und dann, aber zum Beispiel der, 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 der Martin Gore, der ist ja so ein Multi-Instrumentalist und schreibt ja auch alle Titel. Egal, es geht jetzt zu tief, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ganz kurz, stell dir vor, du willst mit deinen Kumpels eine Band gründen und alle spielen Keyboards. Ja, genau so. Wir treffen uns um fünf und jeder nimmt sein Instrument mit. Was, Keyboard, du auch Keyboard? Oh, nee, Alter. Aber so sind basically doch in den 80ern alle Bands entstanden. Wahrscheinlich, ja. Ja, genau. Das war das. Auf jeden Fall, die Live-Version ist so mega geil. Und es gibt einen Bridge-Teil, wo sich alles so steigert und Dave Gahan so sehr, ja, sehr graziös so Pirouetten dreht. Das hat mich einfach gepackt und diese Version geht sieben Minuten, gibt es auch bei allen Streaming-Diensten. Ich hau die auch auf unsere Playlist. Ah, gibt es auch Spotify auch? Genau. Ach geil. Hört euch die mal an. Die geht wirklich gut rein. Die macht Bock und die hat mich persönlich auch irgendwo bewegt, weil dieser Sound, ich habe das Musikvideo von Enjoy the Silence, glaube ich, so Ende der 90er. Ist das die Schwarz-Weiß-Zeichnung, wo sich diese Pflanzen dranken? Genau das, wo sie dann immer so im Beach-Schnitt weggeschnitten werden, alle so Lederjacken tragen, so zurückgegelte Haare haben und Dave Gahan in der B-Story quasi, in das B-Story-Line als König verkleidet, irgendwie immer so einen Platz sucht mit so einem Klappstuhl. Aber ist das auch gezeichnet oder ist das? Nee, das ist Aha, Take on Me, was du meinst. Ach so. Was gezeichnet ist. Aber egal. Ja, ja. Auch das Original-Video, natürlich genial, legendär, aber das ist so, da dachte ich mir, das ist einfach für so einen alten Haudegen, so einen Hit, den die Leute, so einen Hit, den die Leute auf den Konzerten hören wollen, für Fanservice geil umgesetzt und immer noch anders umformuliert und trotzdem geil wummsig, dass es mich immer noch überrascht. So, zum großen Finale ist leider unsere zweite Kamera hier, die sie leider nicht sehen, abgeschmiert. Deswegen werden wir jetzt hier, wie wenn wir zusammen in Urlaub fahren würden, nebeneinander im Cockpit aus der Sportecke diese Sendung zu Ende bringen. mit ein paar Songs für die Playlist. Das dauert nicht mehr lange. Eine Minute, 37 Sekunden später. Hier, wie schon angekündigt, Gumme oder Garm mit Fever auf unsere Playlist. Eiskalte Hits und Musik zum Duschen und Songs zum Duschen. Songs zum Duschen zu finden bei Spotify. Bitte abonnieren. Wir geben uns da seit ein halb Jahren echt Mühe, die zu befüllen. Safe. So, ich lege noch drauf, ich hätte zu viel Musik, ich muss es kurz halten. Der wunderbare Fred Again hat ein neues Album rausgebracht, da nehme ich mit drauf, schön verträumt, Billy, in Klammern, Loving Arms, done. Von Bo Burnham habe ich, glaube ich, All Eyes on Me schon draufgelegt, eine wunderbare Nummer, da lege ich aber nochmal drauf, einfach als Gag. Bezos One. Sehr guter, sehr gute Song. Da geht es 58 Sekunden lang um Jeff Bezos, herrlich. Also Bo Burnham, da gibt es ein Netflix-Special, das muss ich mir noch anschauen. Keine Ahnung, vielleicht ist es megamäßig, das sind wohl alle diese Songs raus. So, dann haue ich noch drauf von You Know, Kokain, einfach ein Hammerohrwurm und genau, Fleetwood Mac Caroline im 2017er Remaster, einfach, weil die Drums da ein bisschen geiler klingen, das war zu nerdig, aber hey, es ist meine Meinung, verklag mich. Was war zu nerdig? Ja, dass ich sage, die Drums da ein bisschen, bisschen klingen. Ach so. Ich merke auch gerade, auf deiner Seite ist man nicht so Tee und Kerzen esoterisch, sondern hier ist man knallharter Journalismus. Genau, hier ist man richtig schön im Moderationsmodus. Auf jeden Fall, hier kann man auch den Tisch, kann man beide Seiten so festhalten. Ach, das ist richtig. So ein bisschen letztes Abendmahl mäßig komme ich mir vor, wie Jesus. Wie könnte es sonst sein? Maria Magdalena. Ganz genau. Oder Judas. Das darfst du dir aussuchen. Ich überlege mal. Abonniert diesen Kanal. Supportet uns. Das ist unser Neujahrsvorsatz. Wir wollen euch sehr gutes Entertainment liefern. Nächste Woche am Sonntag kommen hier COEO vorbei. Andi und Flo extra aus Berlin slash München angereist. Und wir werden uns ein bisschen über ihre Musik unterhalten. Und wir sind raus für heute. Wir wünschen euch jetzt wirklich nochmal einen guten Start ins Jahr. Hört die Playlist, abonniert den Kanal, folgt uns auf Instagram. Ganz, ganz wichtig. Wir brauchen Bestätigung. Im Lockdown kommt man nicht raus. Da kann man, das kann ein, also ohne Scheiß. Weißt du auch mal eine nette Nachricht. Genau. Das kann dir niemand sagen. Auch wenn ihr die Sachen hier scheiße findet, dann schreibt uns eine böse Nachricht. Wir wollen Nachrichten. Genau, wir wollen Nachrichten. Und damit meinen wir nicht die Tagesthemen. Da kommen nämlich immer noch Darts. Moderative Brücke. Digga, wie fly ist eigentlich die Tagesschau, wenn sie mit Jugendwörtern flext? So, wir sind raus. Bussi, war heute auch keine Band in der Dusche übrigens. Können wir nochmal kurz sagen. Das stimmt. Nächstes Mal wieder. Weil wir zu viel Schweinebraten gegessen haben zwischen den Jahren und einfach die Bands da nicht kommen wollten. Das war der Grund. Das war der Grund. Nächste Woche dann wieder frische Live-Mucke aus der Dusche. Wir sind raus. Machen Jut. Bussi Baba. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Tschüss. Wir haben gewunken wie so Opas. Tschüss. Tschüss.